Herzlich willkommen zum Talk in Town vor dem Auswärtsspiel in Hagen. An meiner Seite wieder Bob Hanning. Bob, lass uns kurz über das letzte Spiel reden, das uns noch alle so präsent ist. War ein absolutes Highlight, glaube ich, für den Verein und für die Stadt. Proppenvolle Halle und dann diesen fulminanten Sieg gegen den Tabellenzweiten. Beschreib mal deine Gefühlslage heute, wie siehst du das Spiel? Ja, also ich glaube, das war einfach schön, weil es eine ausverkaufte Halle war, weil man gespürt hat, dass alle gemerkt haben, jetzt geht es wirklich um was, was man sich erarbeitet hat und wo dann der Weg hingehen kann. Und die Jungs haben das auch fast komplett umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und von daher bin ich natürlich mehr als zufrieden und wirklich auch glücklich über das, was wir da im Moment so zustande bringen. Du hast fast komplett umgesetzt. Ich will jetzt gar nicht fragen. Kannst du auch nicht. Es ist ja immer so, dass du einen Plan an ein Spiel adaptieren musst und gucken musst, was läuft und was läuft nicht. Dreh es aber mal um. Wir haben am Montag Video geguckt, haben die Videosequenzen miteinander besprochen. Es gibt ja immer so Situationen. Es gibt ja nicht immer richtig und falsch, sondern auch im Spiel entscheidet ja auch mal ein Spieler, nee, lass uns den mal etwas offensiver nehmen. Dann gehe ich doch raus und dann wird darüber diskutiert. War das richtig? War das, was kann man besser machen? Und diese Mannschaft ist halt extrem kritikfähig, auch zu sich selbst. Du bist gar nicht mehr gezwungen zu sagen, das ist falsch, das ist falsch, das. Sondern es ist wirklich so, dass sie ganz, ganz viel miteinander reden. Dass es ihnen ganz wichtig ist, auch die Lösungen zu besprechen. Wir haben ja im Spiel auch viele Freiheiten, was das System hergibt. Und das meine ich, es hat nicht alles geklappt, aber es hat vieles geklappt. Und wir haben vieles adaptiert dann auf das Spiel. Und das war dann wirklich gut. Du hast gesagt, dass deine Taktik aufgegangen ist. Oder die Taktik sich ausgezahlt hat am Ende des Tages, mit viel Tempo in dieses Spiel zu gehen und dieses Tempo aufrecht zu halten. Das ist wahrscheinlich der eine Teil der Wahrheit, dass der breite Kader so genutzt wird und du ja auch schon in der ersten Halbzeit wechselst und dann quasi zum Ende hin die Körner noch hast. Der andere Teil ist aber wahrscheinlich auch, dass die Mentalität ausschlaggebend ist. Denn ich hatte nie den Eindruck als Zuschauer, dass sie irgendwie gezweifelt hätten oder dass das Spiel verloren gingen könnte. Geht dir das auch so? Ist das vielleicht die große Stärke dieser Mannschaft? Naja gut, da kann man sich im Spiel, da darf man sich sowieso nicht damit beschäftigen, ob ein Spiel verloren werden kann. Sondern man ist ja im Fokus zu sagen, wie kann ich der Mannschaft helfen, damit wir das Spiel gewinnen. Und ich habe maximales Vertrauen zu jedem Einzelnen der Jungs. Das bestätigen sie fast jedes Training. Und du merkst einfach, dass das einfach auch eine Mannschaft ist, die jetzt auch so gefestigt ist. Wenn du 24 Spiele hintereinander nicht verlierst, dann macht das ja auch was mit einer Mannschaft. Und das merkst du. Und diesen Einheitsgedanken, jetzt können wir ja sagen, der eine oder andere ist weg, der Trainer geht. Nehmen wir mal das Beispiel. Der eine oder zwei Spieler gehen zu den Füchsen, einer geht nach Hamburg, ein, zwei hören auf. Also es ist ja durchaus auch eine Situation, die anders sein könnte. Und das ist bei den Jungs halt gar nicht der Fall. Sondern alle zahlen jedes Training das Maximum ein. Und das ist das, was ich ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich das hier in Torgentown schon gesagt habe. Wir werden jede Woche besser, weil wir das einfach auch können. Und als ich gesagt habe, die Taktik ist aufgegangen, Ikas Taktik ist auch aufgegangen. Er hat auch sich viele Dinge einfallen lassen, die sehr gut funktioniert haben gegen uns. Was ich gemeint habe, ist, dass wir, und das, was du gerade auch gesagt hast, die Situation haben, dass wir so viele Spieler reinnehmen können. Und so viele Spieler uns das wiedergeben, das Vertrauen, was wir in sie investieren. Und das ist halt das große Plus, was wir im Moment haben. Hast du nach dem Spiel die Flasche Wein eigentlich von Ikas bekommen? Die habe ich erst mal die Flasche vorm Spiel bekommen, weil ja noch die alte offen war. Und ich habe dann gesagt, warum er nicht gleich eine Magnum mitgebracht hat. Er hat in drei Jahren nicht eine gewonnen, aber das fand er gar nicht lustig. Und hat aber einen sehr, sehr guten Rioja ausgesucht, einen hochwertigen. Und den haben wir tatsächlich im Betreuer- und Trainerstab nach dem Spiel in der Ballsporthalle noch getrunken und aufgemacht und so einen vergnüglichen Abend gehabt und das sehr genossen. Wie sind deine Jungs jetzt aus diesem Spiel herausgegangen? Wie ist die Stimmung heute? Und ja, vor allen Dingen, wie sind sie körperlich so beisammen? Ja, wir haben schon die eine oder andere Blessur tatsächlich. Ich mag das ja gar nicht immer so sagen. Ich weiß, dass das nicht meins ist. Marvin Kieks hat sich im Spiel der Füchse 2 leider verletzt, sodass das schon der eine oder andere ein bisschen reduziert auch dann trainiert hat. Aber wie gesagt, wir haben genügend Spieler, die alle Lust haben zu spielen und die alle die Qualität haben, beim Tabellenführer zu spielen und die ja auch alle wollen, dass sie spielen. Also das ist ja auch das Schöne, dass dann wird man mal reingeworfen, da muss man die Leistung auch zeigen. Wenn man sieht, wie Nils Fuhrmann sich so aus seiner Mini-Krise als junger Spieler jetzt auch ausgekämpft hat und wenn man da ein bisschen Geduld hat, ein bisschen investiert, dann kommt auch was zurück, dann macht das Freude. Und wenn es heute Nils Fuhrmann ist, kann es morgen Marvin Siemer sein, der ausgesetzt hat. Vielleicht ist es irgendwann Ole Schramm oder Joshua Thiele. Es sind so viele, macht Karl eine ganz tolle Figur als Kapitän und geht voran. Wir haben so viel Potenzial mittlerweile und so viel Selbstvertrauen, dass es egal ist, wenn ich einen wechsle. Lass uns kurz einmal zu Walter Krims sprechen, weil mich das persönlich interessiert. Der hat anderthalb Jahre keinen Handball gespielt. Dann sagst du ihm als Füchse-Spieler, so du spielst jetzt beim VfL Potsdam, um da wieder Spielpraxis zu bekommen und überhaupt zu sehen, wie du wieder reinkommst. Jetzt spielt er bei uns mit, als hätte er nie woanders gespielt. Vielleicht kannst du an seinem Beispiel einmal klar machen, wie dieses System dann doch funktioniert. Denn das ist ja doch relativ ungewöhnlich, dass dann so ein gestandener Erstligaspieler letzten Endes dann zu einer Zweitligamannschaft kommt und sofort reinpasst und sich auch total mit einbringt. Walter ist ja ein sehr emotionaler Spieler, der also jede Aktion abfeiert und ein absoluter Gewinn ist für diese Mannschaft, auch menschlich. So ist zumindest mein Eindruck. Ja, und dann, wie zufrieden bist du mit seiner Genesung? Also wie geht es ihm nach anderthalb Jahren? Wie verkraftet er so seine ersten Einsatzzeiten? Ja, Walter ist ja sogar schwedischer Nationalspieler. Und wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, was für ihn richtig ist. Er war 16 Monate draußen. Und viel hat nicht funktioniert, wie er sich das vorgenommen hat. Viel hat nicht funktioniert, wie die Füchse sich das erwünscht haben. Und jetzt waren wir an so einem Punkt, was machen wir jetzt mit ihm? Und dann habe ich ihm angeboten, verschiedene Möglichkeiten und Optionen. Habe ihm sehr empfohlen, sich für diese zu entscheiden. Den Schritt zurück in die zweite Liga machen, die immer noch besser ist als die schwedische erste Liga. Das ist ja auch die Wahrheit. Also da hat man sicherlich noch mal eine andere Qualität. Dazu kommt, der Stress auch aufsteigen zu wollen. Und, und das war, glaube ich, für Walter wichtig, in dem Grundsystem der Füchse auch zu bleiben mit der Entscheidung des Wechsel, das erst mal wie ein Abstieg aussieht, aber für ihn persönlich ein absoluter Aufstieg war. Und da muss man sagen, hat die Mannschaft ihn einfach fantastisch aufgenommen. Und nicht in der Situation als Konkurrent, sondern noch ein Spieler. Und da muss vielleicht noch jemand mehr aussetzen. Sondern eher als, wie kann er uns helfen? Und was müssen wir dazu tun? Wie müssen wir das investieren? Und das ist das, was die Truppe auch auszeichnet. Es war keine Position, die wir zwingend gebraucht haben. Die es aber trotzdem uns ermöglicht, taktisch noch ein bisschen variantenreicher zu spielen. Cyril macht das einfach auf unfassbar hohem Niveau. Also wir hätten jetzt nie einen Rechtsaußen geholt. Aber als Gesamtsystem, fürs Gesamtsystem ist das gut. Und man muss auch sagen, er tut uns auch gut. Er tut den Torhütern auch gut, weil er im Wurfverhalten eine absolute Qualität auch hat. Und das hilft wieder unseren Torhütern, das hilft wieder Leerabwehr. Er hilft uns auch in der Situation der Stimme. Wir investieren ganz viel in ihn als Mannschaft. Und er gibt ganz viel der Mannschaft auch zurück. Total spannend. Danke für die Erläuterung. Lass uns jetzt einmal zum nächsten Spiel kommen. Denn das erste Spitzenspiel ist jetzt hinter uns sozusagen. Und das nächste folgt zugleich. Gegner Hagen hat auch eine unfassbare Serie hingelegt mit 22 zu 2 Punkten. Letzten Spieltag in Hamm gewonnen. Also ist wahrscheinlich so die Mannschaft der Stunde neben dem VfL Potsdam. Und jetzt geht es zum Auswärtsspiel nach Hagen. Das ist das nächste Spiel, worauf du dich wahrscheinlich riesig freuen wirst, wie du mir gleich sagst. Aber mit welchen Voraussetzungen gehen wir in dieses Spiel? Und im Grunde genommen ist ja alles bereitet für das absolute Top-Spiel der zweiten Liga. Ja, also sind schon die beiden Serientäter sozusagen, die jetzt gegeneinander spielen. Ich glaube auch die Hagen haben 24, zwei Punkte oder irgendwas in der Richtung geholt. Und die haben keine gute Hinrunde gespielt. Es hat lange gedauert, bis sich das eingespielt hat. Ein paar Verletzte sind wieder zurückgekommen. Ein paar Spiele haben sie in der Saison geholt. Und das machen sie im Moment wirklich exzellent. Und das Management, Michael Schopp, macht das fantastisch. Die Kaderzusammenstellung mit seinem Team. Und die sind schon wirklich gut. Das muss man wirklich sagen. Die haben sich in der Abwehr gut entwickelt. Sie haben sich im Tempo gut entwickelt. Und sie haben 800 Bundesligaspiele mehr als wir. 800? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher 4.000. Aber das haben wir ja schon mal festgestellt, dass das nur bedingt eine Rolle spielt. So, und die wollen noch mal angreifen. Sie wittern noch die letzte Luft des Aufstiegs. Das sagen sie ja auch selbst. Sie sagen, wenn wir Hamm schlagen und sie uns schlagen, dann sind sie einen Punkt schon mal an Hamm dran. Und Biedigheim hat, ich gehe persönlich davon aus, dass es dieses Jahr nicht passiert, auch hinten raus schon mal eine schwäche Phase gehabt. Und die werden versuchen, den Druck hochzuhalten. Und das ist ihr Aufstiegsspiel. Und das ist ihr Spiel um Platz 3. Und das ist, mit Blitkowski haben sie, der jetzt auch gesund ist, haben sie einen exzellenten, für mich Abwehrmanager. Sie haben mit Pouja einen exzellenten Angriffsmanager. Sie haben tolle Spieler auf der halblinken- und halbrechten Seite. Sie haben linksaußen mit den meisten Toren. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber umso besser ist es ja, weil das ist ja jetzt gerade in unserer Phase, das, was wir auch brauchen, uns mit guten Mannschaften auf Augenhöhe zu reiben. Die Halle ist ausverkauft. Und für uns ist das ganz wichtig. Wir müssen das ja hoffentlich dann, wenn wir den Aufstieg schaffen, noch mit in die erste Liga nehmen. Lass uns kurz noch die nächsten Spiele, die darauf folgen, dann vorausschauen. Es sind jetzt noch sieben Spiele. In Hagen das erste Spiel der Auftakt. Dann folgen noch weitere sechs. Wie ich dich kenne, willst du jedes Spiel gewinnen. Und wie ich die Mannschaft kenne, will sie das auch. Vielleicht einmal ganz kurz noch einen Ausblick, wie gehst du jetzt in die letzten sieben Spiele rein? Wie bereitest du die Mannschaft vor? Gibt es nochmal vielleicht eine kleine Pause? Oder wie ist so da die Planung? Also nochmal, natürlich wollen wir aufsteigen. Das sage ich auch seit Wochen hier. Wir wissen aber auch, jetzt lassen wir das Hagenspiel mal raus. Nehmen wir das einfach mal weg. Danach kommt Norton mit einer maximal erfahrenen Mannschaft. Dann fahren wir nach Schwartau. Da haben wir das Hinspiel gewonnen, weil Lasse in einer Top-Verfassung war. Das Spiel war tot. Wir hatten keine Chance mittendrin. Und dann haben wir Groß-Waldstadt zu Hause. Das ist erstmal ein Dreierpack, der dann kommt, wo kein Spiel mal eben gespielt werden kann. Und dann kommt das nächste Dreierpack in Dormann. Ich habe die gestern gegen die Eulen gesehen. Das haben sie fantastisch gemacht. Dann haben wir das Hamm-Spiel zu Hause. Und dann fahren wir nach Hüttenberg, das ist die nächste Dreierseite. Da ist auch kein Spiel einfach. Also die Situation, ich verstehe, dass nach draußen der Eindruck entsteht, wir sind sechs Punkte vor. Und nochmal, natürlich wollen wir das auch und natürlich glauben wir auch an die Situation. Aber wir tun immer wirklich gut dran, dass wir diese Spiele einzeln angehen. Also diese Situation bei den Eulen zu gewinnen, war nicht selbstverständlich. Haben wir toll gelöst. Das Spiel Bietigheim haben wir überragend gelöst. Und Hagen zu schlagen, müssen wir überragend lösen, um diese Punktkonstellation überhaupt aufrecht zu erhalten. Und den Rest habe ich gerade erzählt. Das ist nicht, wir machen das mal eben, sondern das ist verdammt harte Arbeit. Ich werde der Mannschaft trotzdem zwischendurch freigeben, aber nicht als, das ist kein Belohnungseffekt, sondern das ist ein Regenerationseffekt, zu sagen, wann macht es nochmal Sinn, einen Kopf freizukriegen auf die nächsten Aufgaben. Also völlig unabhängig von Resultaten. Also mit anderen Worten, das Ding ist noch lange nicht durch und wir brauchen auch eure Unterstützung beim nächsten Heimspiel gegen Nordhorn, gegen einen absolut erfahrenen und eigentlich auch selbsternannten Aufstiegskandidaten vor der Saison. Also wir brauchen nach wie vor euch als Zuschauer, ganz wichtig, eine Sache hatte ich jetzt noch, Bob. Die wir jetzt vergessen haben? Ja, natürlich, weil ich jetzt wieder erzählt habe, dass wir euch noch brauchen. Aber du kannst das ruhig nochmal, man kann das ruhig nochmal. Nein, sag mir nochmal bitte, jetzt fällt es mir wieder ein, sag nochmal was bitte zur Qualität der zweiten Liga, zur Entwicklung der Qualität, denn genau so ist es ja, du kannst in keinem Spiel sicher sein, dieses Ding zu gewinnen und dass jetzt Mannschaften wie GWD Minden oder Bayer-Daumagen da gegen den Abstieg spielen, sagt ja auch was über die Qualität der Liga aus. Ja, also erstmal würde ich trotzdem, auch wenn wir jetzt die Abschlussfrage haben, nochmal das sagen, was mir auch extrem wichtig ist, das war gegen Bietigheim die Atmosphäre, die wir brauchen, um solche Spiele zu gewinnen. Das war einfach fantastisch. Das war schön, die Halle war ausverkauft und das ist das, was die Stadt verdient hat, was die Mannschaft verdient hat und das ist das, was uns getragen hat. Und wenn wir im nächsten Jahr hier Kiel, Flensburg, Magdeburg sehen wollen, dann muss dieses Zusammenrücken und dieses Miteinander jetzt einfach kommen. Jetzt könnte ich sagen, wenn man zufrieden ist, in der fünft oder sechsstärksten Liga der Welt zu spielen, um seine Frage der zweiten Liga dann gleich aufzugreifen, das ist, die zweite Liga ist stärker als die schwedische Liga. Da gibt es ein, zwei Mannschaften und dann gibt es relativ wenig und das ist ja in ganz vielen Ligen so. Und hier ist genau das, was wir gesagt haben, du kannst hier theoretisch gegen jede Mannschaft verlieren. Wir haben gegen Tabellenletzten Aue im Hinspiel in Aue sehr glücklich mit zwei Toren gewonnen. Also das ist schon Arbeit und das ist schon wirklich pure Handball und ganz ehrlich, ich gucke mir mehr Spiele in der zweiten Liga an, wenn ich frei habe und durch deinen Zeppe und mir die Spiele angucke, als ich das in der Bundesliga tue, weil das noch enger beieinander liegt, weil das natürlich fehlerbehafteter ist, als das in der individuellen Qualität ist. So ein Gitzel spielt nun mal in der besten Liga der Welt und nicht in der dritt- oder viertbesten Liga der Welt. Aber sich diese Spiele anzugucken, das macht unfassbar viel Spaß. Was mich noch persönlich interessiert, das ist wirklich die letzte Frage dann. Aber die allerletzte. Die allerletzte. Wenn noch einer dran geblieben ist, hallo. Das schneiden wir jetzt noch aus. Nein, was mich wirklich interessiert, ist die zweite Liga näher herangerückt als die erste Liga? An die erste Liga? Klares ja. Die zweite Liga ist die stärkste zweite Liga, die wir je hatten. Und ich sage euch ehrlich, die wird noch stärker, wenn wir raus sind. Nicht, weil wir raus sind, sondern weil die Mannschaften, die aufsteigen werden, nochmal eine hohe Qualität mitbringen. Und wenn man sich anguckt, dass vermutlich Balingen runtergeht und egal, ob es dann den BAC trifft, ob es Stuttgart trifft, ob es Eisenach trifft, das wird auch nochmal eine richtige Qualität. Also das wird immer besser. Und wenn du siehst, wie die Mannschaften aufrüsten, bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass wir dieses Jahr versuchen aufzusteigen. Die Gelegenheit ist so günstig wie nie, würde ich so mit sagen. Für uns 5 vor, wir wollen es einmalig und wird es so in dieser Form nicht nochmal geben, vermutlich. So, jetzt haben wir es aber. Danke für euer Zuhören und danke für deine Auskünfte, Bob. Nächstes Spiel in Hagen am kommenden Freitag und dann spielen wir gegen die HSG Nordrhein am 19.04. zu Hause in der MBS Arena. Also, merkt euch diesen Termin und bis zum nächsten Mal, bis in die nächste Woche. Tschüss. Bis dann.